Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Ihr seid mein Lebenselixier. Und das sage ich nicht einfach so, sondern ohne euch könnte ich wirklich nicht leben. Ja, ihr seid mein Lebensunterhalt. Und schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Sehr ehrenwert. Lasst gern ein Abo da. Wollte ich nur kurz an der Stelle sagen, weil auf dem Incaf-Kanal haben wir jetzt gerade die 65.000 geknackt. Und, positiv, Nutzer ohne Abos gehen immer weiter runter. Das heißt, wenn ihr ein Abo da lasst, wird es noch weiter runtergehen. Und weibliche Zuschauer sind hochgegangen auf 55,7%. Leute, also die weiblichen Zuschauer unter euch, ihr seid krass, ihr seid in der Überzahl. Das ist heftig, hätte ich nie gedacht. Aber ihr seid es einfach. Ich würde sagen, wir legen jetzt los mit dem Video von Treyment. Anne wünscht es fahrlässige Werbung, Manipulation, Kritikunfähigkeit und ihr extrem schlechtes Statement. Ich würde sagen, ich habe ja auch schon ein Video dazu gemacht oder sogar zwei Videos dazu gemacht. Wir gucken mal an, was noch Treyment dazu zu sagen hat. Und dann ist das Kapitel Anne Wünsche eigentlich abgeschlossen. Außer es kommt nochmal ein dicker Banger auf uns zu. Und Alexander, Dankeschön für den Zap. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Hauptkanal. Okay, da bin ich wieder weg. Ich habe keinen Bock drauf. Ich will, dass ihr wieder reingeschaut habt. Denn es ist mal wieder an der Zeit. Die Meinungsblogger scharen sich wieder zusammen und hauen auf eine Person des öffentlichen Lebens rauf. Und ich... Erste Video, habe ich gehört, soll extrem krass sein. Und hier reagiert, glaube ich, Knur auf mein Video. Persönlich, ich bin... Da habe ich das deutlich später mitbekommen. Ich bin ein simpler Mann. Ich mache da doch mit. Heißt, heute sprechen wir über Anne Wünsche. Aber zuerst, da ich ja unter einem Stein lebe, muss ich umfassende Recherche betreiben. Denn ich weiß natürlich nicht, wer Anne Wünsche ist, warum sie relevant ist und wie sie relevant wurde. Konsultieren wir also erstmal seriööse Quellen. Anne Wünsche. Meine Wünsche wuchs nach einigen Angaben in Cottbus auf. Aha, okay. Reality ist da. Berlin, Tag und Nacht. Sie kommt aus Cottbus? Das ist Brandenburg, oder? Cottbus? Ja, ist, glaube ich, Branden... Ist doch nördlich von Sachsen, oder? Keine Ahnung. Ich habe zu dem Zeitpunkt kein Fernsehen geguckt. Was ist Cottbus? Figur Hannah. Who cares? Sablrababbel. Serie Tochter. Zweite Schwangerschaft. Sablrababbel. 24 Tim. YouTube-Kanal. Alles klar. Damit fühle ich mich auf jeden Fall genug informiert, um mich mit der aktuellen Thematik auseinanderzusetzen. Hey, you. Finally awake. Projekt will ich auf jeden Fall erstmal klarstellen. Ich persönlich habe kein Problem mit OF-Creator. Gar kein Problem. Mir ist das doch alles komplett... Okay, ist ein Red Flag. Ciao. Egal. Wenn du Bock hast, dich im Internet zu entblendern... Nein, ist okay. ...dann mach das. Ich gucke es mir nicht an, weil mir ist das komplett egal. Mach du dein Ding so und ich mache mein Ding so. Mir ist das wirklich komplett bumpe. Ich würde sogar so weit gehen, dass wenn ich eine Partnerin hätte, die auf OF Bock hätte, sowas zu machen und sich nicht unbedingt, keine Ahnung, komplett entblättern, sondern eher so erotisch in die Richtung so, da hätte ich, glaube ich, kein Problem mit. Solange da ich die einzige Person wäre, die Action hätte so, im physischen Sinne, denn das ist für mich etwas sehr Persönliches, sehr Intimes und da möchte ich dann auch dementsprechend die einzige Person sein. Also die mit auf dem Video mit dabei ist, meint er. Ne? Also das muss ja auch mit gestreamt werden, aber ja, ja, okay. Kann man, kann man auch so sehen. Ich halte old-fashioned. Egal. Das an der Stelle. Also ich habe überhaupt kein Problem mit Menschen, die meinen, im Internet die Hüllen fallen zu lassen. Ich gucke mir so einen Ruhmöl eh nicht an, weil ganz ehrlich, hätte ich Bock auf Action, auf diese Art von spicy Action, dann wäre OF definitiv nicht die Plattform, die ich frequentieren würde. Wenn ihr gedacht habt, dass der Kaffee leer ist. Ich habe auch gar keine Ahnung, auf was er jetzt gerade hinaus möchte. Weil da ich halt noch unter 18 bin, also ist das bei mir so, wenn, sollte mal irgendwie eine Seite da aufgegangen sein und irgendwann war in meinem Leben, da habe ich immer gedrückt, ich bin unter 18 und dann ist der Zugang eh verwehrt gewesen. Und deswegen weiß ich auch nicht, von was er da spricht. Der ist nicht leer. Dementsprechend geben wir es voll mit extrem viel Koffein in den Wehen rein ins Video. Denn meine Freunde der Sonne, alle Herzenslust hat sich doch tatsächlich zu der Kritik, die diverse Meinungsblogger, unter anderem besserer als ich, hier gegenüber vorgebracht haben. Wann hat er gerade besserer gesagt? Kritik, die diverse Meinungsblogger, unter anderem besserer als ich, unter anderem besserer als ich. Steigerungsform von besserer ist übrigens besserer. Und nicht gut besser, am besten. Hier gegenüber vorgebracht haben. Ei, ei, ei. Und das werde ich natürlich in feiner Klugscheißer-Manie auseinandernehmen. Aber zuerst fassen wir einmal die Punkte zusammen, die man ihr gegenüber anführt. Was genau ist also passiert? Vor ein paar Wochen postete Anne Wünsche in ihrer Instagram-Story folgenden Beitrag. Dort bewahrt sie eine Plattform, die mit dem Platz-Hash-OF in Konkurrenz steht und ein besonderes Monetarisierungssystem per Affiliated Links bietet. dabei versäumt sie extrem doll ihren eigenen monetären Anreiz innerhalb der Werbung offen zu legen. Und wie gesagt, die haben mich jetzt nicht gefragt, ob ich Werbung machen kann für diese Seite. Ich bin da selber angemeldet und es ist wirklich so eine Empfehlung von mir. Ich bekomme von der Firma jetzt wirklich nicht irgendwie so eine XY... Ach, er meinte bessere? Er meinte bessere? Okay, dann habe ich Tomaten auf den Ohren oder so. Nur mies betont. Ah, okay, okay, okay. Ja, nee, also ich sehe hier die Schuld null bei mir. Also das ist keine Kooperation hier. Das ist wirklich eine Empfehlung, weil ich weiß, dass viele das machen möchten und... Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, weil sie weiß, dass viele das machen möchten. Ja, ja, das ist... Da stimme ich ja zu und das würde ich genauso unterschreiben. Auch versäumt sie dabei die Gelegenheit, innerhalb ihres Postings ihren auf Werbung angelehnten Affiliated-Link zu kennzeichnen. In dem Fall ist der Affiliated-Link auch als Werbung zu bewerten. Und dass es sich bei der Story, die sie geteilt hat, die sie gepostet hat, eindeutig um Werbung handelte, ist klar, im Inhalt ihrer Story zu ersehen. Also bei der OF ist es zum Beispiel ein bisschen schwieriger, gefunden zu werden und die Firma, die ich euch jetzt vorstellen werde, die Seite, die ich euch jetzt vorstellen werde, ist kleiner, was für euch ein Vorteil ist. Das heißt, ihr werdet viel, viel schneller gefunden und ihr arbeitet mit Reels. Und ihr kennt das, wir alle sitzen immer ewig vor diesem Telefon und scrollen durch Reels. Das heißt, da werdet ihr auch viel, viel schneller gefunden. Das ist ein riesen, riesen Vorteil. Aus diesem Ausschnitt resultiert auch der Vorwurf der Rekrutierung, denn hier wird explizit in ihrer Wortwahl gesagt, es ist leichter... Übrigens, wusstet ihr, wusstet ihr, dass sogar RTL darüber geschrieben hat, RTL, Alpha Kevin, Anne, Wünsche, sogar RTL hat darüber geschrieben. Das ist so völlig random einfach. Hier, wenn man jetzt hier drauf geht, kommt RTL und dann kommt Anstoß des Ganzen sei eine Insta-Story gewesen, die etwa der YouTuber Alpha Kevin ihm Folgen über 230.000 Menschen auf der Videoplattform gesichert hat. Und diese hat er die Influencerin Werbung für eine kleinere, aber dennoch mit der erotischen Bezahlung von OnlyFans vergleichbaren Seite gemacht. Und dann haben die noch einen richtigen Beitrag gemacht auf ja, halt RTL, ich weiß nicht, was ist eins, was ist, was ist gewesen ist. Junge, was ist eins? Das hat gar nichts hinzugeben. Was ist, was für eine Sendung gewesen ist, so Punkt 12 oder so ein Spaß. Aber da war ich nicht zu sehen, aber da haben die auch drüber geredet. ...gefunden zu werden. Als reiner Konsument einer Plattform auf Social Media möchtest du nicht gefunden werden. Das ist kein Kalkül, das dir irgendwie bewusst oder für dich relevant ist. Das ist etwas, was Creator, die auf einer Social Media Plattform aktiv sind, berücksichtigen und danach streben. Sichtbarkeit, Viralität und derlei Dinge. Und das ist etwas, was sie benutzt, um aktiv für die Plattform zu werben. Dementsprechend ist der Vorwurf, sie mache Werbung für Menschen, die auf dieser Plattform selber Content machen wollen, die sich auf dieser Plattform freizügig zeigen wollen, berechtigt. An der Stelle muss ich natürlich einmal wieder... Hatte das einen Effekt auf deine Zahlen? Das liest sich doch keine Sau durch. Das ist doch irgendeine Zeitschrift. Also ne, wahrscheinlich hatte das gar keinen Effekt, aber ist ja auch völlig egal. Ich finde es nur einfach lustig. Auf einmal bin ich dort aufgetaucht. Habe ich nämlich... Habe ich nämlich... Ich wollte ja ein Video machen noch zu Anne Wünsche und auf einmal gebe ich halt so meinen Namen ein. Einfach keine Anne Wünsche. Ich wollte einfach mal gucken, ob da irgendwas kommt. Und auf einmal sehe ich das. Das fand ich lustig. Weil manche andere hatten schon drüber geschrieben und so. Und ich kenne dich nur dank RTL. Krypto, gut. Das ist super. Ich wusste gar nicht, dass RTL schon vor ganz, ganz vielen Jahren über mich berichtet hat. Ich persönlich finde es nicht problematisch, dass man auf solchen Plattformen die Höhlen fallen lässt. Was ich problematisch finde, ist, dass man die Möglichkeit, das zu tun, so hinstellt, als wäre das das einfachste, leichteste und unproblematischste von der Welt. Das ist ungefähr vergleichbar mit, hey, wenn du nur genug Geld in Casino investierst, dann wirst du irgendwann auch richtig reich werden. Dass man innerhalb dieser Werbung nicht anspricht, das Glücksspiel süchtig machen kann, ist hochgradig moralisch verwerflich. Und bevor ich das vergesse, denn wenn man Glücksspiel erwähnt, muss natürlich eine umfassende Distanzierung von der Thematik passieren. Meiner Meinung nach, jeder Mensch, der Glücksspiel betreibt, im Internet oder im privaten Raum und dort arbeitet, ist mir wirklich völlig egal, kann sich gehackt legen. Du, mein Freund, bist moralisch bankrott. Und wenn du als Person mit jemandem befreundet bist, der Glücksspiel-Streamer bist, bist du genauso schrecklich und kannst dich gehackt legen. Nee. Nein. Ich würde ja nicht die Kontaktschuld in Kraft setzen lassen. Also, er sagt jetzt, wenn ich ein Freund bin von jemand, der Glücksspiel streamt oder spielt oder was weiß ich. Nee, nein, nee. Keine Ahnung. Also, das würde so weit würde ich nicht gehen. Mit jemandem befreundet bist, der Glücksspiel-Streamer bist, bist du genauso schrecklich und kannst dich gehackt legen. Du bist menschlicher, moralischer Abschaum. Meiner Meinung nach. In Minecraft. Und jetzt zurück zum Video. Eigentlich muss man meiner Meinung nach in einer Werbung, wo man einen Lebensstil, also das Entblättern im Internet für Geld, bewirbt, aufzeigen, dass genau dieser Lebensstil mit Schattenseiten kommt. Das nicht aufzuzeigen, ist Manipulation. Und dass du als sichtbare Creatorin im Internet, die jetzt nicht unbedingt OF-Content macht, Schattenseiten erlebst, ist spätestens nach dem Brett von einem Video von Jasmin Gnu jedem bewusst. Und dass gerade eine Anne Wünsche diese Tatsache in ihrer Werbung um diesen Lebensstil verschleiert, finde ich sehr problematisch. Vor allen Dingen, wenn wir berücksichtigen, dass sie selber durch ihren eigenen Lebensstil, den sie als so absolut positiv darstellt in dieser Bewertung dieser Seite, einen wirklich krassen Nachteil erlebt. Und das nicht nur einmal. Unter anderem die Tatsache, dass bei ihr zu Hause vor vier Jahren eingebrochen wurde. Oder der Verdacht, dass vor drei Jahren bei ihr eingebrochen wurde. Diese Einbrüche passierten in dem Fall meiner Meinung nach daher, dass Zuschauer, Stalker, if you will, herausfinden konnten, wo sie lebt. Man stelle sich jetzt bitte vor, du bist eine nicht reichweitenstarke Person, im Internet sichtbar, machst du F-Content und dann will jemand bei dir einbrechen. Also ich persönlich weiß nicht, ob ich mich dabei wohlfühlen würde. Ja, keine Ahnung, aber das könntest du ja immer als YouTuber oder Streamer oder als Person des öffentlichen Lebens könnte das immer, kann das immer passieren, theoretisch. Das ist auch ein Grund, weshalb ich nicht viel zeige. Ja, also das ist jetzt nicht der Grund, weshalb man, also ich habe eh nichts, was soll ich denn zeigen, was man hier mitnehmen könnte, so als ein, für ein Einbrecher. Ich habe, ich habe for real nichts Wertvolles hier, also gut, meine Kameras. Also ich habe eine Kamera, die nutze ich nie, die hat einen Wert von jetzt mittlerweile 400 Euro, weiß ich nicht, 500, die Sony Alpha 6000. Ich habe noch eine Kamera im Wert von 1000 Euro, die Sony 6400. Ja, wenn du jetzt einbrechen willst, um hier irgendwas zu klauen, dann kannst du die Kameras mitnehmen und ansonsten alles andere wird eh wahrscheinlich zu groß sein, halt ein Fernseher. Aber meine Güte, es sind jetzt keine Sachen, wo ich sagen würde, okay, wenn das jetzt weg wäre, es ist nicht mehr ersetzbar, weil das so teuer ist. Hm, Playbutton wäre doof, aber man kann einen neuen beantragen, soweit ich das weiß. Das kostet dann aber, glaube ich, nochmal 200 Euro. Auch? Und ich nehme deine Schokolade und Erdbeeren. Das wäre das Schlimmste. Das sollte meiner Meinung nach ein wesentlicher Teil der Kritik von Meines Bloggern gegenüber ihrem Content sein, ist, dass sie aktiv hinterm Zaun hält, wie die wirklichen Statistiken da sind. Sie macht, und das blendet sie ein, sehr viel Geld mit OF. Sie hat aber auch eine gewaltige Plattform. 1,1 Millionen Follower auf Instagram. Selbst wenn nur 10% dieser Menschen, selbst wenn nur 1% dieser Menschen mal hin und wieder ein Abo auf OF machen bei ihr, ist das Money for Day. Die meisten Menschen, die meisten Frauen, die noch jung sind und in einer finanziellen Notlage sich befinden, das bei ihr sehen und sich erhoffen, durch OF ordentlich Geld dazu zu verdienen, werden nicht so viel Geld verdienen. Im Leben nicht. Die werden eventuell... Du brauchst halt schon eine gewisse Grundreichweite. Und das macht ihr halt eine andere Wünsche nicht klar. Ihr lässt die Hoffnung verspüren, dass jede das so schaffen kann, wie das eine Wünsche gemacht hat und mit Schnips hat man eine große Reichweite und ist automatisch erfolgreich mit OF-Content. Das ist so. Nur weil man... immer wieder Zahlen mitbekommt von großen OF-Creatern, bedeutet das nicht, dass es bei einem, wenn man von 0 auf anfängt, auch nur ansatzweise so läuft. Also das dauert Jahre, schätze ich mal. Es ist wie bei einem Streamer. Da kannst du auch nicht sicher sein, dass das irgendwann mal so funktioniert, dass du davon leben kannst. Und bei OF ist das auch super, super schwierig, weil du auch noch zusätzlich extrem Gefahren und Risiken ausgesetzt bist. ... ihre 300, 400 Euro einmalig oder wenn sie Glück haben, regelmäßig verdienen und trotzdem noch all die Nachteile erleben können, die eine Anne Wünsche auf ihrer Plattform thematisiert in puncto Stalking, Einbrüche, Nachstellungen, Doxing und so weiter. Ob das das wert ist, muss jeder für sich selbst wissen. Ich persönlich sage, Go for it, ist mir wirklich egal. Wir halten also fest, Anne Wünsche schön den Lebensstil als OF-Createrin und thematisiert in keinster Weise die Schattenseiten dieser Profession. Auch versäumt sie ihren Affiliated-Link als Werbung zu markieren und als letzten und meiner Meinung nach absolut gravierendsten und direkt ekelhaftesten Punkt folgendes. Denn es ist nicht so, dass sie über den Affiliated-Link einfach so Geld generiert, dadurch, dass Leute ihren Link anklicken und dann dort sich einen Account machen und mit anderen Accounts interagieren. Nein, 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 nein. Sie hat ein riesiges Interesse daran, dass du da aktiv bist, nicht nur Produkte von anderen Leuten kaufst, sondern auch eigene erstellst. Also digitale Bilder, Videos, derlei Dinge. Sie hat ein direktes Interesse, ein direktes monetäres Interesse daran. Denn es ist zwar so, wie sie sagt, ich bekomme von der Firma jetzt wirklich nicht irgendwie Summe XY, also das ist keine Kooperation hier. Ja, auch komisch, es wirkt ja so, als wäre es schon eine Kooperation, nur sie bekommt keine fixe Summe dafür. So wirkt das. Deswegen wundert mich das, dass sie auch nochmal extra sagt, das ist keine Kooperation. Weiß ich nicht, also du bist bei Meetings dabei, du empfiehlst eine Seite über ganz viele Storys, die theoretisch einen extremen Wert hätten. Theoretisch hat es ja einen extremen Wert. Und warum solltest du so etwas empfehlen und so krass bewerben, wenn du keine Nutzen draus ziehst? Also ich kenne niemanden, der einfach Werbung macht, also wenn dann vielleicht für Freundschaftszwecke oder so. Ja, hier, Hoodie bekommen, mega geil, machst du halt Werbung dafür, für einen guten Freund oder für einen Kollegen und so weiter. Aber niemand bewirbt einfach random eine Seite und sagt, ja das ist cool und dann machst du noch zehn weitere Storys darüber, wie toll das doch ist und spricht über die Erfahrungen und so weiter. Also da muss ja ein gewisses Interesse bestehen, weshalb man das macht oder eine gewisse Absicht und die Absicht wird sehr wahrscheinlich monetär sein. Von bezahlt sie nicht dafür, die Werbung zu machen, die Plattform bezahlt sie dafür, für all das, was du über ihren Link auf der Plattform hast. Für die Einnahmen, die du direkt durch deinen Content generierst, erhältst du 40%. Das bedeutet, wenn ein Fan etwas für 100 Euro beitzt, also das hat auch mir 4Base nochmal geschrieben, die haben mich kontaktiert und haben gesagt, das ist mittlerweile veraltet, das ist so jetzt nicht mehr aktuell. Mittlerweile sind die Konditionen auch anders und das System ist auch nochmal ein bisschen anders, deswegen nochmal ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also es ist jetzt nicht mehr, das ist nicht mehr das komplett Aktuelle. Wer die dir kauft, erhältst du, das steht halt nur noch aktuell auf deren Seite, ich glaube auf der, dieses, Mahu Management Seite. Warte, ich guck mal eben. Die haben mir da, ich hab das in die Beschreibung da noch gepackt, was die mir zusätzlich noch geschrieben hatten. Grün, 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 Grün. Warte, die haben mir geschrieben. Ergänzung 4Base schrieb mir im Anschluss folgendes über das derzeitige Provisionssystem. Das Provisionssystem funktioniert seit bald zwei Jahren folgendermaßen. Ein Creator erhält 70% von seinen eigenen Verkaufsumsätzen, 10% von den Käufen geworbener User und 5% von den Verkaufsumsätzen geworbenen Creators. Also das Programm besteht immer noch so. Nur halt, die Konditionen sind jetzt mittlerweile ein bisschen anders. Aber dieses Affiliate-Programm mit diesen Gewinnabsichten existiert noch genauso wie zuvor. Also auch wie hier. 40 Euro. Das Referral-System geht jedoch noch weiter. Bringst du einen neuen Subscriber auf die Plattform, bekommst du 30% seiner Ausgaben bei jedem Kauf. Ich finde, das müssen wir erstmal ins Verhältnis nehmen. Du machst etwas auf der Plattform für Geld, bietest 100 Euro an oder sowas. Jemand kauft das und du bekommst von diesen 100 Euro 40%. Das ist wirklich verdammt wenig. Auf OF bekommst du 80%. Die Plattformen Mittlerweile haben sie ja gesagt 70%. Vorbase erzieht dich dadurch, dass sie dir wirklich wenig Geld für den Content, den du lieferst, gibt, dass du aus weiteren Quellen Geld ziehen kannst, damit sich das rentiert. Weil du könntest sonst ja einfach denselben Content auch auf OF machen. Aber, da die Plattform dir anteilig an den Käufen von anderen Leuten über deinen Affiliated Link dir auch Geld zuschustert und anteilig Provisionen für die Käufe von anderen Leuten bei deinen Creatoren Geld gibt, lohnt sich das schon wieder. Diese Plattform ist in ihrer Machart so gestrickt, dass sie dich und deine ganze Community dazu bewegen möchte, auf die Plattform zu kommen, um halt mehr Menschen dort reinzukriegen. Das ist halt einfach, um halt an Größe zu gewinnen, um an Relevanz, an Marktanteile zu gewinnen. Wenn also dein geworbener Fan bei dir für 100 Euro kauft, erhältst du zusätzlich zu deinen 40 Euro noch 30 Euro. Und das Interessanteste, sollte der gleiche Fan bei anderen Creatoren Geld ausgeben, erhältst du auch davon 30% der Einnahmen. Dieses System bietet eine zusätzliche Einnahmequelle und fördert die aktive Einbindung der Creator in die Community von Fub. Und dass das Bewerben und Aufbauen eines Pyramiden-Schemes moralisch verwerflich problematisch und mindestens kritikwürdig ist, darüber sollten wir eigentlich nicht diskutieren. Und wie äußert... Ich weiß nicht, inwiefern das... Also Rezo hatte das ja beschrieben als eine Art Multi-Level-Marketing-System, was ja erlaubt ist. Ich glaube, direktes Schneeball- oder Pyramiden-System ist so nicht erlaubt, aber es hat, glaube ich, auch ähnliche Strukturen. Da bin ich mir aber jetzt nicht sicher, wie was genau rechtlich auch aussieht. Deswegen muss ich da ein bisschen das Ganze mal mit Vorsicht genießen, wenn wir über Pyramiden-Systeme reden. Aber es ist auf jeden Fall... Man bereichert sich an den Unterstehenden immer weiter mit und dann weiter mit und dann weiter mit. ...sich alle wünschen jetzt in ihrem aktuellen Statement zu der Kritik. Nun, wie ein zwölfjähriges Kind. Denn anstatt auf den O-Ton der Kritik, also die wirkliche konstruktive Note der Kritik, wahrzunehmen und sich darauf zu berufen, wird einfach ein Kommentar genommen mit dem Finger auf das Kommentar gezogen und sagt, ja, aber guck mal, so gemein sind die Kritiker und dann wird sich direkt am Wortlaut dieses einen Kommentars abgearbeitet. Die gesamte Kritik, die ich hier gerade noch mal versucht habe zu verarbeiten in meinem Video, als jemand, der kein OF-Feind ist, wird auf einen Kommentar reduziert. Das kannst du dir... Ja, der letzte Vertriebler gibt... Nee, weil der letzte Vertriebler drückt halt nur ab. Er gefühlt würde es dann wahrscheinlich so sein. Ja, keine Ahnung. Also ich fühle das auch nicht so unbedingt. Aber gut, was willst du machen? Das ist halt... Also ich sehe es mal aus Werbesicht von 4Based, muss ich sagen, haben die ein sehr schlaues Prinzip, weil dadurch sind die Leute wirklich motiviert, nicht auf OF zu streamen oder zu... Inhalte zu posten, sondern zu 4Based zu gehen. Und auch das Werben, das Anwerben von den Leuten macht auch in gewisser Art und Weise Spaß, weil man die Motivation hat, bei jedem, dem man darüber zieht, noch Geld zu verdienen. Deswegen ist diese Art der Werbemethode mega schlau, gleichzeitig aber auch, finde ich, sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Und dir nicht ausdenken, dass das Kritikunfähigkeit auf einem Level, da kommen wenig Menschen dran. Anne rät anderen, sich online zu prostituieren und sich bei OF anzumelden. Applaus, Anne. Und nein, ich rate dir nicht, dich für Geld auszuziehen. Und diese Argumentation, nee, ich sag ja nicht XYZ, wie es der Kommentator hier verfasst hat, geht ja nur, wenn man sich anhand des Kommentars auf die Kritik bezieht. Die Kritik war nicht, Anne wünscht dir, die Leute sich online zu prostituieren. Das ist nicht die Kritik. Die Kritik ist, wenn du schon Leuten von deiner Profession erzählst und dafür Werbung machst, dann ist das aufgrund deiner Reichweitenverantwortung von dir zu erwarten, dass du auch über die Schattenseiten, die Konsequenzen des Handelns unterrichtest. Das ist zu erwarten, weil Influencer genießen einen gewissen Vertrauensvorschuss, eine gewisse Vertrauensbasis. Deswegen folgt man diesen Menschen dort einfach nur auf, ja, Bruder, Waller, vertrau mir doch. Ist schon ganz cool hier so und nö, was Schlechtes kann nicht passieren, weil, guck doch hier, ist alles schön und so und guck mal, voll viel Geld. Glitzer, 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 Glitzer. Das ist natürlich zu kritisieren, aber das wird nicht angesprochen. Auch das Referral-System, das Pyramiden-Scheme dahinter. In keinster Silbe. In keinster Silbe. Sie würden natürlich niemals manipulativ Werbung für etwas betreiben, was dir ein falsches Gefühl von Sicherheit und monetärem Vorteil geben könnte. Das würde sie niemals tun. Was sie tun würde, ist nämlich, ich rate dir, dein Leben so zu leben, wie du es gerne hättest. Und im weiteren Verlauf des Statements wird hier auch nochmal wieder aufgezeigt, warum man... Also mich würde for real interessieren, wie, also, wenn eine Anne dafür Werbung macht und die Leute dort reinzieht, würde mich wirklich interessieren, welche Summen sie damit umgesetzt hat. Allein schon mit der Werbung. Weil theoretisch reicht es ja, wenn du zehn Leute dort anwirbst, die dort Content erstellen und bei dem Content, der am Ende des Tages vielleicht zu irgendwas geht davon viral und irgendjemand macht damit viel Kohle, bekommt ja Anne wieder ein Stück davon, weil sie den Creator überhaupt auf die Plattform gebracht hat. Ich würde interessieren, wie viel Kohle sie damit gemacht hat. Das ist doch immens, was du da verdienen kannst, wenn du eine große Reichweite hast und die Leute dort anwirbst. Das muss doch mega sick sein. ...einfach gewisse Arten von Menschen, sagen wir es so, nicht berühmt machen sollte. Denn nicht nur trägt sie keine Verantwortung, nimmt Stellung zu irgendwas und zeigt auf, dass sie eigentlich überhaupt kein Interesse an irgendwas hat, sondern einfach nur ihren eigenen Kopf durchsetzen möchte, sondern sie beweihräuchert sich im letzten Rest des Videos an. Denn das, das ist der Zweck einer Stellungnahme. Mich interessiert es nicht, was andere Leute über mich denken. Mich interessiert es schon so, so lange nicht mehr, weil es mein Leben ist. Mich interessieren andere Leute überhaupt nicht. Ihr juckt mich alle nicht und bei mir läuft es so gut und ich habe es so hart für meinen Dingen. Und falls ihr es vergessen habt, ich mache nie... Das ist auch so geil zu sagen, ich habe so hart dafür gearbeitet. Ja, natürlich bist du auch deinen Weg gegangen und der war vielleicht auch mal anstrengend und so, aber guck mal, ich hatte auch, ich habe auch während der Ausbildung und so das ganze YouTube-Zeug währenddessen gemacht. Natürlich war das eine etwas härtere Zeit als zuvor oder auch danach, aber meine Güte, wir wollen mal nicht komplett den Laden übertreiben. Das ist jetzt nicht die schwerst körperlich, auch psychisch, ja, psychisch ist es schon ein bisschen schwieriger, aber jetzt nicht die absolute Überarbeit. Wahrscheinlich weder bei Anne noch bei mir, ne, also es ist, oder bei ganz vielen anderen Influencern. Also sie stellt das auch so hin, als müsste man so, keine Ahnung, in einem Käfig mit Bären kämpfen und wenn man die besiegt hat, dann kommt man ins Löwengehege und dann muss man die besiegen, wegboxen und dann muss man Prinzessin Peach irgendwie befreien und muss gegen Bowser kämpfen oder so. Also so in der Art und Weise, so kommt es rüber. Bergwerk Twitch, na da kommst du nicht durch, das kriegst du nicht hin. Nicht nur solche Seiten, sondern ich habe mir auch ein Business aufgebaut. Ich habe inzwischen sieben Angestellte, sieben Mitarbeiter, zwei Firmen gegründet. Das interessiert niemanden. Niemand will sehen, wie du scheiterst finanziell. Das ist jedem egal. Leute wollen sehen, dass du dich für die Verantwortung, die du im Internet zu tragen hast, mit einer gewaltigen Reichweite, die du nun mal hast, gerade machst. Das wollen die Leute sehen. Und das bedeutet nicht, oh, du hast jetzt kein Geld mehr verdienen mit Internet und man spreche ihr Unternehmungen ab und sowas. Das ist Quatsch. Das ist dieses, oh, alle wollen mich nur und Opfernarrativ. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Deswegen, da braucht niemand von, oh, ich habe es so hart gehabt. Das ist jedem egal hier in der Thematik. Das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Und dann gegen Ende ihres Statement-Videos, wahrscheinlich hat sie gemerkt, dass sie noch ein paar Minuten machen sollte, damit das überhaupt in einer Weise einen Sinn hat, geht sie halt direkt in die Coaching-Schiene und spricht dann halt über dich und deine Bedürfnisse. Wie sieht es denn mit dir aus? Wann wirst du denn deine Träume verfolgen? Hast du schon an deinem Traum gearbeitet? Machst du jeden Morgen auch auf und bist motiviert? Hey, ich wache jeden Morgen nicht auf. Ich schlafe einfach 24 Stunden am Tag. Freust dich zu arbeiten oder möchtest du lieber im Internet Menschen Pyramiden-Scams unter dem fadenscheinigen Mantel der Großzügigkeit vertreiben? Möchtest du das lieber tun? Wie sieht es denn bei dir aus? Gehst du morgens gerne zur Arbeit? Stehst du Mond? Sorry, aber sie ist halt ein Influencer, ist da schwer betreibender über Dinge, sehe ich nicht so. Weil du kannst trotzdem immer noch überlegen, für wen du Werbung machst. Natürlich kann man das kritisieren, man kann das auch bei mir kritisieren, wenn ich Werbung für XY mache. Habe ich gar nichts dagegen. Aber es sollte auch ein Stück weit valide sein. Ich muss es dann auch nachvollziehen können. Ich wurde auch kritisiert für Opera. Also ich hatte auch Werbung gemacht für Opera GX, was glaube ich. Dann wurde mir auch danach gesagt, ey guck dir mal das Video von diesem Morpheus, Morpheus, weiß ich jetzt nicht. Der hatte irgendwie so ein Video dazu gemacht und auch gezeigt, dass es mittlerweile eine chinesische Firma ist oder die das aufgekauft haben. Plus, dass die Strukturen dahinter schwierig sind. So, da habe ich auch gesagt, ah okay mit dem Hintergrundwissen, ja, es ist dann natürlich schwierig und dann werde ich das auch in Zukunft unterlassen. Aber so bei Anne Wünsche ist das so, die macht Werbung, die weiß genau, dass es super problematisch ist, scheißt aber darauf und sagt dann, ja, aber konzentrier dich mal auf dich und kritisiere mal nicht mich, ich mache ja nichts falsch und so weiter. So, wo ist denn das? Also, kann man nicht wirklich wenigstens die Kritik wahrnehmen und sagen, okay, yo, ich habe das verstanden, aber mir ist es einfach völlig egal. Das, was sie macht, ist einfach nur Ablenken vom Thema, Ablenken von der Kritik und das ist einfach schade. So. Man kann durchaus vieles kritisieren, auch bei mir, aber warum geht man so damit um? Anne Wünsche ist uneinsichtig wie nix. Da kannst du genauso gut mit einer Parkour reden. Wünsche allen eine gute Nacht und weiterhin viel Spaß. Ja, ich würde gerne auch noch mit einer Parkour reden, finde ich eigentlich ganz sympathisch. Ich danke dir für die 5 Euro, Rabbit. Vielen, vielen lieben Dank und dir auch noch eine gute Nacht. Dankeschön. Montags gerne auf und arbeitest, arbeitest du manchmal auch einfach gerne länger, als du eigentlich müsstest. Dieser Talk, ich nenne das plumper Social Media Populismus. Jeder Mensch weiß, dass morgens aufstehen anstrengend für die meisten Menschen ist und daran zu appellieren, so ja, aber wie sieht das sein bei dir aus? Arbeitest du montags gerne? Das ist halt so, ich weiß, dass die Leute mir dazu stimmen, deswegen haue ich das raus, um am Ende des Videos nochmal ein bisschen Empathie und Zuspruch zu generieren, so. Mich interessiert... Es ist vor allem auch null, also, aber Empathie generiert sieht bei mir nicht und bei vielen anderen auch nicht, weil das einfach nur absoluter Schnack ist. Also auch so, so bewusstes Ablenken von der eigentlichen Kritik und das ist doch Quatsch. Mich interessiert es nicht, was andere Leute über mich denken. Mich interessiert es schon so, so lange nicht mehr, weil es mein Leben ist. Und diese Aussage ist meiner Meinung nach eigentlich die Kernessenz des Internet-Narzissmuses, wie wir sie beim großen Creatorn beobachten. Natürlich interessiert das diese Leute schon lange nicht mehr, was andere über sie denken. Diese Menschen sind nur im Internet, um sich selbst zur Schau zu stellen, um sich selber zu erfüllen. Das machen sie für sich selber, aus eigenem Antrieb heraus, für sich und nicht für irgendjemand anderen. Hey Lars, danke für den Sub. Die eigene Verantwortung geht da nur auf sich gerichtet. Und das ist ja auch das, was man bei ihr kritisiert. Die Reichweitenverantwortung ist da nicht existent, weil ihr ist alles andere egal. Wenn das aus ihrem moralischen Content vertretbar wäre, Kinder die Brücke runterzustoßen, dann könnte sie das nach ihrer Rhetorik, nach ihrem Denken machen, weil alle anderen sind dir egal. Dann verurteile mich doch dafür, dass ich andere Kinder XY so, dieses Denke ist das so. Mir ist das egal, was die Gesellschaft denkt. Dass das aber nicht so ist, dass wir gewisse Konventionen in der Gesellschaft Das ist halt ein komplett egoistisches Denken. Also es juckt sie nicht, welche Konsequenzen ihr Handeln hat, weil sie konzentriert sich ja nur auf sich selbst und alles, was andere sagen oder beurteilen, kritisieren, ist völlig egal. Das ist wirklich, das ist sehr krass egoistisch gedacht. Weil dann dürfte niemand mehr irgendwie, ja, also man dürfte niemals sagen, okay, er strebt nicht irgendjemand nach, weil, oder habt einen Idol, weil automatisch setzt man sich auch irgendwie Vorbilder und Idole aufgrund der Werte und so weiter, aber nach Anne's Sicht dürfte man das nicht machen, weil die Personen, die können ja sonst wie problematische Dinge machen und das wäre ja okay. Also normalerweise müsste es so wie Anne jetzt hier handelt, die könnte jetzt hier die OF-Seite oder die OF-2.0-Seite weiter übel promoten, sich dafür bereichern, aber man darf ja nichts dagegen sagen, weil man sollte sich ja auf sein eigenes Leben konzentrieren. Und da ist das problematisch von Anne, steht dann erstmal an zweiter Stelle. Es ist schade und ich finde, ich finde es auch, ich finde es auch absolut traurig, was sie für ein Statement gemacht hat, das war so schlecht einfach. ...haben, die nicht wegzuignorieren sind, das sollte jedem bewusst sein, spätestens dann, wenn es darum geht, gefährliche Dinge zu promoten. Konsum von Substanzen, fahrlässige und gefährliche Handhaben, wie unter anderem Entscheidungen treffen, die dein ganzes Leben beeinflussen können, unter dem falschen Anspruch der finanziellen Sicherheit und derlei Dinge. Und das ist aber das, was wir kritisieren. Das nimmt sie so nicht wahr, weil sie nimmt jegliche Kritik gegen sich als, die wollen ja nur in meine Plattform reinreden, diese Hater, wahr. Und das ist halt lost, weil wie gesagt, das ist dieser typische Internet-Narzissmus, der dir antrainiert wird als großer Creator, wenn du seit Jahren extrem viel Zuspruch und extrem viel Gegenwind bekommst. Irgendwann kannst du dazwischen nicht mehr differenzieren und jelicher Gegenwind ist automatisch Hate, auch konstruktive Kritik. Und die wirklichen Toolen, the real ones, das sind die, die dich... Also ich denke, for real nicht, dass Anne den Unterschied kennt zwischen Kritik beziehungsweise konstruktiver Kritik und Hate. Glaube ich mittlerweile, dass sie das 1 zu 1 oder dass sie da keine Unterschiede mehr erkennt und sagt, okay, das eine ist Hate und das andere ist auch Hate, obwohl das ganz klare Kritik war. No matter what, supporten und deinen Narzissmus fliegen. Und dass sie im Kern wirklich so tickt, also dass ihr wirklich egal ist, was andere denken, beweist sie eigentlich mit diesem Statement. Denn nicht nur gibt sie ein Statement ab, wo sie keinerlei Verantwortung übernimmt, nichts einordnet oder in irgendeiner Weise mehr Kontext liefert, damit man ihre Position versteht, sondern zuerst reduziert sie die Kritik auf einen einzelnen Kommentar und dann beweihräuchert sie sich selbst. Das ist pure Selbstinszenierung, dieses Statement. Da geht es überhaupt nicht darum, um Reichweiten verantwortlich, derlei Dinge. Sie lebt das, was sie sagt. Du und wir alle, die Gesellschaft im Allgemeinen, jucken sie so lange, wie sie davon profitieren kann. Oder ihre Kinder. Aber dann, am Ende, zeigt sie nochmal einen richtig gewaltigen und auch... Viele fühlen sich durch Likes so bestätigt, was richtig ist, was sie sagt. Ja, vielleicht durch die Reichweite. Ich glaube, Ani juckt die Likes wirklich gar nicht. Ich weiß nicht, wie ihr Video ankam. Wir können mal ganz kurz gucken, Anne Wünsche. Er hat ja ein YouTube-Video hochgeladen, ein richtiges. So. Können wir mal gucken, ich verkaufe deinen Körper. Das war das Statement. Was hat denn das für eine Bewertung, wenn man sich das jetzt so... Anne rät anderen sich online... Das hat mittlerweile eine Bewertung von 400 Likes zu 1700 Dislikes. Also ich glaube, an der Like-Zahl an sich wird das jetzt weniger liegen und 230 Kommentare ist bei der... Aufrufzahl schon relativ viel. Ja. Würde ich jetzt einfach mal meinen, aber gut. Ja. Ne, ich glaube, Anne ist das einfach wirklich einfach völlig egal. Es juckt ihr nicht. Sobald sie genügend Geld bekommt und ich glaube, mit OnlyFans macht sie wirklich so viel, hat sie ja gezeigt, mit 1,3 Millionen im Jahr. Äh. Ist ihr das wahrscheinlich alles völlig egal. Auch sehr witzigen Gehirnspagat mit folgender Aussage. Das, was die Menschen hier kommentieren, ich kenne diese Menschen nicht. Ich beeinflusse nicht deren Leben. Sie beeinflussen nicht mein Leben. Und die Logik... Äh. Wait. Hallo. Hinter, die ist beyond me. Sie kennt diese Menschen nicht. Sie beeinflusst diese Menschen nicht. Wusstest du nicht? Als Influencer beeinflusst du also Menschen nicht? Gut, gut, dass Influenzen leicht zu setzen ist mit beeinflussen. Also, also Influencer heißt Beeinflusser. Auf Deutsch übersetzt. Ich habe hier auch diesen Affiliated-Link reingepostet zu 4Base, weil sie die Menschen nicht beeinflusst. Das kann sie nicht. Das tut sie nicht. Und diese Menschen beeinflussen ihr Leben ja auch nicht, weil OF-Content, also die Menschen, die auf OF ihr Geld schicken, die beeinflussen ihr Leben nicht. Das Geld wächst einfach von Bäumen und segnet schon einfach so in ihr Portemonnaie rein. Das kommt nicht von Menschen, denn sie kennt die ja nicht. Das ist halt so dumm. Das ist halt so dumm. Ja. Also, und deswegen sage ich, gib gewissen Arten von Menschen keine Plattform. Don't make certain people famous. Weil da ist einfach die Hirnkapazität nicht da, um zu verstehen, dass deine Plattform auf der Interaktion von Zuschauern und Kommentatoren aufgebaut ist. Dein Wohlstand, dein Leben baut darauf auf, dass andere Menschen sich mit dir auseinandersetzen. Zu sagen, ich beeinflusse die Menschen nicht, die beeinflussen mein Leben nicht. Ist halt so komplett an der Realität vorbei. Aber gut, man kann auch gar nicht so viel erwarten. Es ist ja auch nicht so, dass Kritikfähigkeit vom Baum fällt. Um halt ganze Video auf einer positiven Note zu beenden, greift sie nochmal die Flüchtigkeit der Existenz auf und gibt uns wertvolle Einblicke in das Verfolgen unserer Träume. In zwei Wochen gehst du vielleicht zum Arzt und bekommst irgendeine schwere Diagnose von deinem Arzt. Du weißt es nicht. Es kann aber auch sein, dass du noch 20, 30, 40 Jahre lebst. Ich hoffe, ich lebe noch länger als 40 Jahre. Weiß ich. Ja, wir hoffen einfach mal. Du weißt es einfach nicht. Also lebe doch dein Leben bitte so, wie du es gerne hättest. Mit all den Dingen, die du gerne machen möchtest. Und wir reden hier wirklich nicht von Drogenkonsum oder all diesen harten, negativen Sachen. Über die rede ich gar nicht. Warum nicht? Du beeinflusst die Leute doch gar nicht. Und die beeinflussen dich doch auch nicht. Und sie sind dir doch sowieso alle egal. Warum nicht? Warum bewirbst du nicht aktiv Substanzenkonsum? Warum nicht? Warum bewirbst du nicht aktiv das systematische Entleben von Menschen? Warum nicht? Ich meine, kann ihr doch eigentlich egal sein, was die Leute denken und was die Gesellschaft so tut. Warum bewirbst sie das nicht? Vielleicht, weil sie doch versteht, dass manche Dinge einfach zu weit gehen und dass man manche Dinge definitiv kritisch sehen sollte und dass es eine gewisse Reichweitenverantwortung doch gibt's. Ich rede wirklich nur darüber, von Träumen erfüllen, Ziele erreichen. Von solchen Dingen rede ich. Und da wirklich, lass dir nicht von irgendwelchen Leuten da draußen erzählen, wo deine Grenzen sind. Was ist denn, wenn eigentlich dein Traum ist, dir Drogen zu gönnen? Ist das... Wie schaut denn das dann aus? Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, alles da schon ein bisschen widersprüchlich aus sagen. Oh nein, das ist Copyright. Hallo, leb deinen Traum. Achso, das war's. Okay, das war's sogar. Ja, das war tatsächlich ein gutes Video. Ja, wer hätte das gedacht? Traymond macht mal ein gutes Video. Ist selten tatsächlich. Selten. Nee, Spaß. War ein gutes Video, Leute. Der Link ist selbstverständlich unten in der Beschreibung. Da kommt ihr zu Traymond. Checkt das gerne ab. War nochmal gut. Auch einiges nochmal hinzugefügt. Also, was heißt hinzugefügt? Das meiste hatte ich ja auch schon mal in Videos. Mein Video war ja auch, das waren ja zwei längere Videos, aber auch am Anfang nochmal ein paar Sachen mit aufgegriffen. Mit Stalking und so weiter auch nochmal auf ein Thema aufmerksam gemacht, was wichtig ist. Ja, deswegen nochmal eine gute Ergänzung gewesen. War nice. Leute, checkt den Link natürlich ab. Schreibt mal in den Kommentar, ja, schreibt mal bitte in die Kommentare besserer. Mal bitte als Algorithmus-Kommentar auf dem Incaf-Kanal schreibt mal besserer, da weiß ich, ihr habt bisher hergeschaut. Und, damit die Zahl hier runter geht, die hier, lasst unbedingt ein Abo da. Ja, dann haben wir vielleicht das nächste Mal 5, ja, ne, 66% Nutzer ohne Abo. Wäre eine coole Sache, würde mich richtig freuen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen, macht's gut, haut rein. Und jo, ich denke schon an Swingchen, euer Alpha Kevin und tschau, tschau.